Hi Leute, willkommen zum neuen Video. Also das letzte Video ist auch wieder relativ gut angekommen. Vielen Dank dafür. So, da machen wir nicht lang rum. Ich gehe gleich mal auf eure Fragen. Nein, es waren ja nicht so viele. Auch gut. Ja, die erste war das mit den Hebeln. Warum zwei Hebel, warum nicht ein Hebel? Ganz einfach. Ich mache jetzt mal eine Hydraulik-Sperre hier. Ich bin ein wenig verschnupft, also nicht wundern. Also mit dem hier hebe ich ja quasi den Arm hoch und runter. Mit dem bewege ich ja im Prinzip mal eine Schaufel. Ein-Aus-Kippen. So. Und so, das Prinzip kann ich die ganze Seite so schön heben. Zack, zack, da kann man schön hier so ein bisschen spielen. Alles kein Hexenwerk. Die Maschine ist jetzt gerade ein bisschen lauter, weil ihr seht hier, der ist gerade am Ausbrennen. Nur falls sich einer gerade wundert, warum der so laut ist, warum er so dreht. Jedenfalls, wenn ich jetzt in die Wand reinfahre und jetzt die Schaufel fülle, dann bin ich ja quasi die ganze Zeit so. Bei dem Hebel bin ich so, ne. Also da muss ich ja im Prinzip immer so ein bisschen so. Und hier mache ich halt schön so diesen hier, ne. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd zum zeigen. Also, ja. Da kannst du halt schön spielen. Da kannst du schön und da bin ich immer so, ne. Ist alles ein bisschen so wackelig. Und hier ist es halt schön. Zack, zack, so. Wenn jetzt die ganze Schoße runterkommt, dann mache ich halt einfach hier zack, ne. Das ist peng. Und dann ist das, dann geht der vorne gnadenlos runter. Und dass es mir hier gleich ja mit mir Katapult macht. Das ist der Hauptgrund, wenn ich die zwei Hebeln, lieber mit zwei Hebeln fahre. Ne. Vielleicht war es jetzt ein bisschen verständlicher. Ich hoffe es doch. Ja. Ja. Ist einfach viel angenehmer so. Ne. Umspiele hier. Ja. So. Da wollte man ja wissen, wie die Bedienung von so einer Maschine ist. Das ist im Prinzip ganz einfach. Gelenkt wird mit einem Joystick hier. Auf der Rückseite. Er hat einen Fahrrichtungsschalter vor und zurück. Ne. Jetzt bewegt er sich nicht, weil ich ihn komplett abgedruckt habe. Dann halt einfach hier. Lenkt er quasi links. Lenkt er nach links. Drücke ihn nach rechts. Lenkt er nach rechts. Lass ihn los, fährt er wieder in Mittelstellung. Ja. Wenn ich jetzt noch am fahren will, und ich lasse ihn so, dann bleibt ihm am Schienen auch so stehen. Also seht ihr, jetzt bleibt er angeschlagen. Mach jetzt so. Zack. Er richtet sich quasi wieder aus. Also. Das ist schon mal die Lenkung. Viel angenehmer, als wenn wir jetzt hier die ganze Zeit so hier. Ne. Bei einem Drescher geht es jetzt. Oder so einem Traktor geht es eigentlich auch. Aber. Weil hier bei der Maschine die ganze Zeit im Prinzip nur links, rechts, längs. Da ist so eine Joystick-Lenkung halt unschlagbar. Ne. Ich denke zwar bei diesen neuen Dreschern. Es ist halt schon deutlich rangenehmer. Wenn du so eine Arbeitsmaschine fährst. Ja. Muss man wirklich sagen. Ich denke, den Kommentaren zufolge sind ja viele aber der gleichen Meinung. Ja. Auch was die Hebel hier angeht. Ne. Dann machen wir mal weiter, dass wir ihn hier nicht zu lange brauchen. Hier ist auch mein Hauptdisplay. Zeigt mal im Prinzip den Gang an. Fahrtrichtung, Geschwindigkeit. Das Eco ist jetzt im Eco-Modus. Das heißt, er dreht nicht so hoch. Und er schaltet früher. Das ist der einzige Unterschied zum normalen Modus, wenn ich den jetzt rausnehme. Kann in zwei Modi fahren. Standard oder Eco. Hier habe ich meine Temperaturen. Füllstände. Oder hier ist auch Temperatur vom Getriebe noch. Hydrauliköl. Kühlwasser. Diesel. AdBlue. Drehzahlanzeige. Hier sind jetzt so ein Warnanzeichen darunter versteckt. Entweder gelb oder rot leuchten. Je nachdem. Oder hier grün. Ja. Der zeigt mir, dass die Getriebeneutralisierung im Prinzip deaktiviert ist. Warum es jetzt grün leuchtet. So wäre es für mich logischer. Weil die aktiviere ich hier. In mehreren Stufen. Damit ihr dann wisst, was das ist. Und ich auch mal zeigen. Die wir sitzen mal auf einfach. Wenn ich jetzt vorwärts fahre. Jetzt lassen wir mal rollen. Ich drücke drauf. Geht ein Leerlauf. Da ich jetzt aber die ganze Zeit hier abfahre. Ist das natürlich höllisch. Also. Soll man das besser deaktiviert lassen. Oder auch im Wiegebetrieb. Wenn ich jetzt im Wiegebetrieb fahre. Da ist das nicht so ganz das Wahre. Weil das halt. Wenn du es immer ohne fährst. Und dann fährst du plötzlich mit. Das ist dann halt. Rückst du drauf. Und dann auch einfach so. Platsch. Ne. Das ist. Ja. Ich bin kein Freund davon. Startet wird er hier. Schlüssel. Ganz normal. Ne. Das ist quasi so eine Art Not aus hier. Also wenn er jetzt ausmacht. Der hat ja einen Nachlaufschutz. Wenn er noch zu warm ist. Läuft er automatisch nach. Wenn ihr jetzt natürlich hier vorne die Hydraulik lag habt. Oder sonst irgendwas. Oder die Karre brennt schon. Ne. Dann macht er halt hier zack zack. Dreht der Schlüssel nochmal ein Stück weiter. Nicht auf null. Sondern gerade hier auf minus Auto. Und dann ist aus. Ne. Ja. Da unten haben wir drei Pedale. Wie ihr gerade schon gesehen habt. Das Link ist im Prinzip zum Bremsen. Für diese Neutralisier-Einrichtung. Und zum Runterschalten. Also wenn ich es jetzt nur leicht antippe. Schaltet er den Gang runter. Und wenn ich fest da drauf drückt. Dann bremst er eben. Das sind die drei Modi die man da hat. Das rechte Pedal hier ist ein reines Bremspedal. Da kannst du wirklich nur Bremsen mit. Rechts ist Gas. Ja. Was ich mit dem Joy-Signer vergessen habe. Hier könnt ihr schalten. Hoch runter in manuellen Modus. Oder wenn er jetzt auf Automatik fährt. Was man im Normalfall macht. Da könnt ihr nur runter schalten. Ist halt so. Dann haben wir oben das Radio. Mit USB. Freisprecher in Richtung. Ja. Hier habe ich den Scheibenwischer. Wischanlage Klima. Portcomputer. Das sieht man gerade im Liegebetrieb. Oder halt Standby. Das sind jetzt meine Temperaturen. So. Vorne kann ich eben auf die Waage schalten. Zack-zack. Waage an. Ich habe mir gerade gemult. Rückfahrkamera. Zack-zack. Ich habe hier kann ich so Displayeinstellungen machen. Na. Geht jetzt hier nicht so. Okay. Da habe ich jetzt eben Parameter und sonstige Maschineeinstellungen. Kann man halt abfragen. Hier. Einzelne Sachen. Was haben wir jetzt hier drin. Ja. Zeigt euch halt alles an. Was gerade aktiviert ist. Was nicht aktiviert ist. Motor. Na ja. Seht ihr jetzt halt hier. Toller Verbrauch. Drehzahl. Wie gesagt. Temperaturen. Ja. Spielereien halt. Wo man es eigentlich wirklich kommt. Das ist wirklich interessant. Ich kann die Beinstellungen vorne. Vorne für das Arbeitsgerät. Feinabstimmung. Das sind quasi hier Anschlagdämpfer. Kann man sagen. Hier steht zwar Abhebgeschwindigkeit. Aber nichts anderes wie ein Dämpfer. Die kann ich hier alle aktivieren oder deaktivieren. Je nachdem. Im Regelfall sind sie aktiviert. Um die Lager vorne zu schonen. Das ist quasi wenn ihr an und aus kippt. Dass es nicht zu bang macht. Ne. Dann hat es schön dumm. Dann bleibt sie kurz vorher stehen. Wenn ihr dann weiter drückt. Dann könnt ihr die volle Packung machen. Schwingungsdämpfung. Hier kann man es einstellen an welcher Geschwindigkeit sie aktiviert ist. Oder sich einschaltet. Vorwärts, rückwärts. Ne. Keinem. Ich habe mich ja gewundert warum der immer so lange braucht beim Rückwärtsfahren. Aber ich könnte sogar noch weiter abnehmen. Beim Rückwärtsfahren ist der. Ich finde es so tragisch. Beim Vorwärtsfahren kann es ein wenig hinderlich sein. Betriebe. Gangeinstellungen. Kann ich den Gang begrenzen. Oder wenn ich jetzt eben vorwärts rückwärts wechsle. Wie er wechseln soll. In einzelnen Gänge. Nutzlast. Kann ich eben den Wiegenbereich einstellen. Das abgibt wiegen was ich bei der Mui 66 gezeigt habe. Hier kann ich es eben umstrich alles weg moderner jetzt hier. Ob jetzt im Halden oder so dem LKW Modus fahre. Automatisch manuell. Nutzlastanzeige. Fahre Automatisch. Nutzlastanzeige. Kann man den Wiegenmotor in zwei Bildschirmarientar zeigen. Das ist jetzt der normale. Der vereinfachte. Ich zeige es euch gerade. Der ist jetzt normal. Und beim vereinfachten ist dann einfach nur noch hier oben. Die Hauptanzeige. Die Hauptanzeige. Und den mittleren. Und das untere Gedöns hier hast du auch nicht drin. Das ist. Das ist. Oh man. Lichtenverwaltung. Das habe ich mit LKWs drin gespeichert. Das Bild was sie haben dürfen. Oder das Material. Könnt ihr jetzt für den Nutzlast speichern. Wenn ihr jetzt wissen wollt. Wie viel Wandkiesleit ihr am Tag. Wie viel Rollkiesleit ihr am Tag. Dann könnt ihr das. Eben der Borgner IG. Spielereihe. Auch bei uns jetzt eigentlich nicht. Mal was vergessen. Na da stimmt. Da kann der ECO Modus noch einschalten. Oder aus. Sekundärlenkung. Das ist im Prinzip nur für Notfälle. Hier. Lebensdauer. Das ist eben so. Wie sagt man. Tabelle. Zeigt. Da könnt ihr auch eine Anzeige lassen. Betriebsstundenzähler. So zu uns. Gebt uns was ihr alles gemacht habt. Insgesamt. Gesamtnutzlast. 522.000 Tonnen schon. Insgesamt. Also das was mir über die Worte gegangen ist. Wohlgemerkt. Materialkennung. Da seht ihr jetzt eben was ich geladen habe. Wenn ich es gespeichert habe. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Und das ist halt das was ich wirklich noch gespeichert habe. Mal zum Ausprobieren. Also. Geht schon einiges durch. Schraubenschlüssel. Diagnose. Seht ihr das sind Fehlermeldungen. PCS. Das habe ich jetzt auch noch nie gehabt. Ah. Nullstellung fehlt. Okay. Das haben wir gleich gelöst. Nicht entlüftet. Da bist du mal drei Tage nicht da. Ja. Das ist eben das was ich meine. Aber Maschinenschwenk ist ja super. Ich kann mir jetzt geil beklagen. Da sind halt auch wieder so Einstellungen, die wir vorne hatten. Kalibrierungen. Brauchen wir jetzt aber eigentlich auch nicht. Mit Nutzlast eben. Das ist eine einfache. Normal macht das den Service. Weil das ist. Ja. Servicemotors können wir nicht jedes Passwort schützen. ECM. Ja. Ist halt auch noch Software auch. Kannst abfragen. Für dich als Fahrer jetzt wirklich relevant. Das war im Prinzip schon mal so das Display eben hier. Wenn ich jetzt noch drauf kann. Mal was zweimal tippen. Ja. Genau. Zweimal tippen. Könnte ich jetzt eben noch andere Sachen anzeigen. Also. Aber. Ich finde es so von der Anzeige am magnehmsten. Deswegen habe ich es so. Ja. Dann machen wir hier unten weiter. Blinker. Beleuchtung. Arbeitsscheinwerfer und Umleuchte. Hilfsanzeige. So. Wenn ich nicht weiß was ich wissen will. Klicke ich da drauf. Erst auf das Fragezeichen. Dann das. Jetzt zeig dir mal an für was der Schalter ist. Das ist quasi wenn man nicht auf dem Ding fährt. Je wo man aushilfsweise fährt. Da kann man das. Ist das vielleicht ganz praktisch. Wenn man nicht weiß wie für der Schalter ist. Das ist eben für eine Abgasnachbehandlung. Deaktivieren. Oder manuell aktivieren. Das sind die Rückkippautomatik. Also wenn er quasi einrastet. Dass er sich dann wieder waagerecht stellt. Oder beim Auskippen dann. Entsprechende Position anfährt. Genau wie beim Hoch und Unter. Kann die zwei Position einprogrammieren. Stellt im Prinzip ein. Bleibt ein paar Sekunden auf dem Knopf. Das Piep. Und dann ist die Position gespeichert. Fertig. Das wars. Ganz simpel. Bedingungsdämpfung. An und aus. Worum das Auto heisst. Keine Ahnung. Macht für mich keinen Sinn. Aber man muss nicht alles verstehen. Dann haben wir hier. Wandlerüberbrückung. Ist im Prinzip einfach nur für den Kraftschluss. Geht es besser vorwärts. Kann ich es halt in verschiedenen Stufen umschalten. Und hier ist der Schalter fürs Getriebe. Hier schaltet er vom ersten Gang. 1-3. 1-2. Komplett manuell. Oder vom zweiten Gang. Automatisch hoch. Macht am meisten Sinn. Also zumindest in dem Einsatz hier. Und hier ist eben die Neutralisierung. Die haben wir ja vorher schon gehabt. Ja was haben wir jetzt hier unten noch. Hier eben der Rechte ist zum Gewicht zu speichern. Was ich eben gesagt habe. Dass er es in den Speicher überträgt. Und gleichzeitig stellt er den Automat wieder auf dem Holz. Wenn er einen Lastwagen geladen hat. Oder den Richter gefüllt haben. Das ist eben für die Füllautomatik. Hat er die jetzt gar nicht drin. Doch die müsst ihr doch drin haben. Naja. Wenn ihr mit dieser Schaufel für der Automatik arbeitet. Dann könnt ihr die eben hier aktivieren. Ja. Das ist. Ja. Wer es braucht. Ich nicht. Ja. Und dann haben wir hier noch. Kickdown. Für den ersten Gang. Ruppe. Eben die Bedienung von der Hydraulik. Trauliksperre. Elektroanschluss. Parkbremse. Warmblinker. Manueller Schmierzyklus. Für die Zentralschmieranlage. Spiegelheizung. Spiegelverstellung. Augsanschluss. Hier haben wir heute noch Wasserflaschen. Und da könnt ihr auch noch eine rein quetschen. Ja. Ja. Noch ein Hammer zum GBI einhauen. Wenn er mal verschüttet wird. Und darüber haben wir auch noch ein Staufach. Da sind Sicherungen dahinter. Und sonst. Ja. Hinter dem Sitz. Da könnt ihr Einstellungen machen. Jetzt hat es noch eine neue Jacke gegeben. Hier hat auch noch eine Ablage in einem Staufach. Vorne klappt ihr noch ein Joystick hoch hier. Zack, zack. Damit auch wir zum Chaos kommen. Dann haben wir hier unten noch Einstellungen. Dann fangen wir noch unten. Dann muss er da abziehen. Für den Sitz. Und ja. So mal die vereinfachte Bedienung von der Maschine. Zack, zack. Das ist ja das was ich meine mit dem Einrasten. Wenn ich jetzt so mache. Jetzt fahrt er eben die Position an. Da bin ich schon 10 vor. Jetzt hat es aber Zeit. Bam bam. Dann fahrt er eben. Dann fahrt er eben. Dann fahrt er eben. Die habe ich mir jetzt gespeichert für den Richter. Dann fahrt er jetzt wieder runter. Zack. Jetzt ist er so 20, 30 cm gerade. Ja gut. Das wars mal so grob. Ich lasse es jetzt dabei. Weil ihr habt ja sehen, meine Stimme macht einfach nicht mit. Ich hoffe ich konnte eure Frage jetzt wenig beantworten. Wenn noch was ist, lasst es mich wissen. Dann quatschen wir drüber. Und sonst macht es gut. Und ja. So, hoffen wir sehen und hören uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.